Im Register Dateien sehen Sie alle Dateien, die in der Dateibibliothek von SharePoint liegen. Sie sehen hier also die gleichen Dateien wie auf SharePoint. Entweder wurden diese Dateien über das Register Beiträge eingefügt oder direkt hier über Hochladen. Vielleicht wurden diese auch direkt auf SharePoint hochgeladen und das hat sich dann mit Ihrem Register Dateien synchronisiert. Über die Menüleiste können Sie allgemeine Befehle ausführen, die alle Dateien betreffen. Sobald Sie allerdings eine Datei markiert haben, bezieht sich dieses Menü nur noch auf diese eine Datei. Die gleiche Menüauswahl erreichen Sie auch über die drei Punkte neben dem Namen einer Datei. Normalerweise werden Sie eine Datei im Register Dateien verwalten. Es gibt allerdings auch einige Aktionen, die Sie nur über SharePoint direkt ausführen können. Beispielsweise eine gelöschte Datei wiederherstellen oder Zugriffsrechte einschränken. Dazu später mehr. Zunächst geht es um die Optionen, die Sie im Register Dateien neben einer Datei ausführen können. Über Öffnen können Sie entscheiden, wie Sie die Datei öffnen möchten – im Browser oder über die App. Das ist allerdings Dateityp-abhängig. Bei einer PDF beispielsweise können Sie nur Im Browser öffnen auswählen. Über Link kopieren können Sie einen Direktlink zu dieser Datei zu Microsoft Teams oder SharePoint online in die Zwischenablage legen, um ihn an anderer Stelle wieder einzufügen. Hat der Empfänger keine bestehende Zugriffsberechtigung auf diese Datei, kann die Datei auch nicht geöffnet werden. Um anderen Teammitgliedern eine Datei schnell zugänglich zu machen, können Sie die Datei in eine Registerkarte dieses Kanals verlinken. Der Speicherort der Datei bleibt davon unberührt. Um eine Kopie der Datei im Ordner Downloads zu speichern, klicken Sie auf Herunterladen. Über Löschen verschieben Sie diese Datei in den Papierkorb von SharePoint. Über Oben anheften verknüpfen Sie die Datei nach oben in den Schnellzugriff. Wenn Sie hier eine Datei umbenennen, wird sie auch auf SharePoint umbenannt. Über In SharePoint öffnen gelangen Sie in die Dateienbibliothek dieses Kanals. Dort ist der eigentliche Speicherort der Datei, dazu gleich mehr. Über Verschieben bzw. Kopieren können Sie eine Datei in einen anderen Kanal oder in ein anderes Team verschieben oder kopieren. Über Mehr auschecken können Sie eine Datei aus- und wieder einchecken. Wenn Sie eine Datei auschecken, können andere diese Datei zwar noch öffnen, aber nicht mehr bearbeiten. Andere sehen auch nicht, was sie an der Datei ändern. Erst wenn Sie diese Datei wieder einchecken, können andere wieder den aktuellen Stand sehen und die Datei wieder bearbeiten. Eine ausgecheckte Datei erkennt man an dem roten Symbol neben dem Namen der Datei. 5-6-8-0-1-2-1-2-3-4-0-1-3-6. Untertitelung des ZDF, 2020